So, hier sind wir jetzt im Wagen, in der Salzsau-Bahn nennt sich das Ganze hier, vom TC Münchweiler, Tennis Club Münchweiler. Ihr habt jetzt mal wieder eine hammergeile Idee heute Abend gehabt, ja, mal wieder was ganz Neues, hier oben mit der Empore oder mit dem Über-den-Wolken-Bühne, wie sich das Ganze nennt. Was verkauft ihr oder was geht heute Abend hier am besten? Also ich muss sagen, heute Abend läuft am besten der Sambaluccia und der Kai Piranier. Was ist ein Sambaluccia? Der Sambaluccia, da ist drin Sekt, Orangensaft und Kai Piranier. Aber nicht gefroren zum Lutschen. Sekt, Orangensaft und Kampari. Ja, sag's nochmal. Sekt, Orangensaft und Kampari. Okay, und wenn wir jetzt dabei sind, grüße noch ganz kurz ein paar Leute. Oh je, alle die mich kennen, spät die Corinna. Die Corinna hat gegrüßt und du darfst jetzt noch jemanden grüßen, der mit K anfängt. K wie Kienholz. Ich grüße die Katrin, das ist meine Nichte, meine Lieblingsnichte und ich bin der Michael. Okay, der Michael grüßt die Katrin. Dankeschön, euch noch viel Arbeit. Gut, danke.